Energy. Hit-Music-Only. Du bist total durchgeknallt. Mach das Foto. Jetzt! Okay, das hat Spaß gemacht. Ich fühle immer noch, wie mein Herz schlägt. So sollte sich dein ganzes Leben anfühlen. Wunderschön. Es ist eine Plastikstadt. Plastikhäuser und Plastikmenschen. Alles wird hässlicher, je näher man kommt. Du nicht. Denkst du, morgen früh ist alles anders? Das hoffe ich zumindest. Ich versuche, dass du diese Frage gestellt hast. Wir haben viel in common, mich und Margot. Ich denke, dass sie, wenn ich das war, wir waren sehr unterschiedlich. Sie ist mehr wie ich jetzt, als wenn ich sie war. Sie liebt ein Spontanein. Sie ist sehr spontan, sie hört sich nicht zu, was andere Leute sagen. Ich glaube, ich bin so ähnlich. Ähm, nein. Ich war nie auf einer Revenge-Mission. Aber ich spiele viel Pranks an Menschen. Aber ich mache nicht Pranks an Menschen, die ich nicht mag. Ich mache sie an Menschen, die ich liebe. Weil das immer Spaß macht. Es ist viel Erfolg, einen Pranks zu machen. Und ich fühle mich, dass die Menschen nur es, wenn du sie liebst. Es ist Spaß, zu retten zu deinen Freunden. Wer in die Plastikstädte geht, kommt nie mehr zurück. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich komme mit dir. Wenn sie mitgeht, gehe ich auch mit. Nicht immer auf Nummer sicher gehen, mal was riskieren. Vielleicht ist das das, was sie mir sagen will. Tja, ich habe eine Mission. Hey! Es war so fun. Ich meine, wir all became best friends. Wir waren wie eine Familie. Und ich bin komplett genuant. Wir all, wie, lived in, we had all diese Apartment, und wir all stayed in one together, weil es mehr Spaß war. Und, ich meine, wir just got up to a lot of, especially the three guys, got into a lot of trouble. Es war nicht wirklich eine oder andere. Ich habe nur gedacht, dass ich ein Modellung, dass ich dann, wie ein Tag, dass ich dann, dass ich dann able to acte. Ich meine, es ist nicht, dass ich versucht, zu tun, zu tun, zu tun. Es war sehr, wie ein random Audition, ich damals hatte und wurde sehr nahe. Aber ich hatte auch noch einen Agenten. Ich weiß nicht, Modellung war ein großartiger Startpunkt für mich. Es gibt viele Black Santas. Sie haben einen tollen Job gemacht. Ich habe nicht die Black Santas gekauft, aber die Props-Team hat einen tollen Job gemacht. Es war mein Nummer-one concern. Ich habe immer gesagt, ich habe immer gewusst, dass Santa ist weiß, dass Santa ist nicht weiß. Santa ist was wir wollen ihn zu sein. Und ich habe immer diese Idee, um zu sehen, Santa als etwas anderes als das weiß. Und so, wenn ich mit der Produkte über den Film war, als sie bereit waren, zu starten, und zu schauen, und zu sehen, ich habe gesagt, ich will, 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 ich will nicht mehr auf den Set, und er hat mir eine Bildung auf die Haus, dass sie die Santa sind haben, und ich war gesagt, es ist so schön. Ich war sehr gefühlt. Aber sie haben ein tolles Job gemacht. Sie haben sie von überall. Jeder erlebt mal ein Wunder. Meins ist Margot Roth Spiegelman.